Sabine Kloske dürfte eigentlich nicht mehr leben. Vor mehr als zwei Jahren wurde bei ihr ein Glioblastom diagnostiziert. Ein schnell wachsender, bösartiger Hirntumor, der derzeit als unheilbar gilt. Nach der Operation teilten ihr die Ärzte mit, dass der Tumor schon bald wiederkäme. Die Prognose war verheerend. Sie haben jetzt noch 12 bis 15 Monate und Sie müssen jetzt Ihre Dinge regeln. Sehen Sie zu, dass Sie alles klar kriegen, machen Sie eine Weltreise, irgendwas Schönes, was Ihnen wichtig ist, aber Sie müssen sich auf Ihr Ableben vorbereiten. Für die damals 36-Jährige brach eine Welt zusammen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ich hatte so eine Angst und auch danach, als er das gesagt hat, ich habe gedacht, ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe. Ich habe in den ersten paar Wochen nur geheult, weil man so gar keine Hoffnung hat. Doch es kam anders. Seit mehr als zwei Jahren ist der Tumor nicht zurückgekehrt. Das liegt weit jenseits der ärztlichen Prognose. Sabine Kloske führt dieses Wunder auf ein Medikament zurück, das vielen aus der Drogenersatztherapie bekannt ist. Methadon. Zusätzlich zur Chemotherapie nimmt sie zweimal täglich 35 Tropfen davon. Es ist so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin wieder da und ich kann weiterleben, ich muss nicht sterben. Sabine Kloske gehört zu den Patienten, die von der Entdeckung dieser Forscherin aus Ulm profitieren. Schon 2008 beobachtete die Chemikerin im Labor, Krebszellen sterben in kürzester Zeit, wenn sie zur Chemotherapie Methadon hinzufügt. Im Tierversuch zeigte sich dasselbe Ergebnis. Mittlerweile hat sie diese Wirkung bei mehreren Krebspatienten dokumentiert. Es kann so sein, dass eine Zelle zu 10 Prozent anspricht mit einem Chemotherapeutikum und gebe ich Methadon dazu, kann ich einen hundertprozentigen Zelltod erreichen. Und das sieht man dann auch in diesen Patienten, die dann einfach dastehen und gar keine Tumor mehr haben. Und vorher ist unter der gleichen Therapie der Tumor und die Metastasen drastisch gewachsen. Die Forscherin zeigt uns Patientenbeispiele. Selbst große Tumore wie hier im Hirn, die auf keine Therapie mehr ansprachen, verschwanden. Auch Metastasen wie hier in der Leber waren nicht mehr vorhanden. Ihre Forschungen zeigten, dass Methadon bei den unterschiedlichsten Krebsarten die Wirkung der Chemotherapie drastisch erhöhen kann. Diesen Wirkmechanismus hat die Forscherin der Fachwelt beschrieben. Das war 2014. Doch trotz ihrer vielversprechenden Ergebnisse im Labor scheint sich kein Pharmakonzern für Methadon zu interessieren. Statt Unterstützung erfährt sie mittlerweile sogar Ablehnung. Der Gegenwind kam erst, als ich die Patientenfälle vorgestellt habe bei Kongressen, bei Meetings. Da erst kam der Gegenwind, weil es sind nur Patientenfälle. Und um einen wissenschaftlichen Beweis zu liefern, braucht man eben den evidenzbasierten Beweis und das sind klinische Studien. Doch an klinischen Studien scheint niemand Interesse zu haben. Im Gegenteil. Wir finden Stellungnahmen wie hier von den führenden Neuro-Onkologen Deutschlands, die vor falschen Erwartungen warnen. Die Wirkung beim Menschen sei völlig unklar. Methadon sei potenziell reich an unerwünschten Wirkungen, die die Lebensqualität der Patienten unnötig einschränken. Die Therapie mit Methadon sei bisher nur experimentell. Wir fragen Professor Wick, den Verfasser der Stellungnahmen, wie er darauf kommt. Das etwas Experimentelles bedeutet, dass es für die Anwendung keine erforderliche Datenbasis gibt, aufgrund derer unsere Zulassungsbehörden, das ist ja national und auch international ganz gut geregelt und organisiert, eine Zulassung für die Behandlung von Patienten mit Hirntumoren besteht. Der Palliativmediziner Dr. Hilscher hält die Warnungen für Unsinn. Er ist Leiter dieses Hospizes und arbeitet seit 1999 mit dem angeblich so gefährlichen Methadon. Denn Methadon ist ein seit Jahren zugelassenes, starkes Schmerzmittel. Doch anders als in der Drogenersatztherapie bekommen es seine Krebspatienten in einer viel geringeren Dosis. Nebenwirkungen halten sich dadurch in Grenzen. Seine Patienten bekamen sogar ein Stück Lebensqualität zurück. Aber es zeigte sich noch ein Effekt. Ich habe in den Jahren der Tätigkeit im Hospiz beobachtet, dass es nicht nur dem Patienten besser geht, sondern dass sie auch länger leben. Und der medizinische Dienst, der hier drei Hospize betreut, dem ist das auch aufgefallen, dass in dem Hospiz, in dem Methadon als Schmerzmittel eingesetzt wird, die Leute länger leben, als die Diagnose eigentlich zuließe. Ein Beispiel ist Andrea Mann-Hillen. Sie hat Brustkrebs. Trotz Therapie kehrte er nach kurzer Zeit zurück. Ihre Leber war quasi übersät mit Metastasen. Seit einem Jahr nimmt sie zusätzlich zur Chemomethadon. Die Metastasen sind mittlerweile verschwunden. Ich bin überzeugt davon, dass das Methadon mir das Leben gerettet hat. Dass ich nicht mehr da wäre, wenn ich es nicht genommen hätte. Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erklärungen für solche Erfahrungen stieß der Arzt auf die Forschungen der Chemikerin aus Ulm. Seitdem arbeiten die beiden zusammen, machen ihre Erfahrungen öffentlich. Die Folge? Krebspatienten aus ganz Deutschland rufen sie an. Denn viele finden keinen Arzt, der ihnen Methadon verordnet. Offenbar wissen nur wenige, dass Methadon nach der Betäubungsmittelverordnung als Schmerzmittel von jedem Arzt verschrieben werden darf. Doch der Hauptgrund, warum das Interesse gering ist, Methadon als Krebsmedikament zu erforschen, ist wohl der. Es ist nicht mehr patentfähig und somit extrem billig. Ein Tag Therapie kostet nur wenige Cent. Wenn Methadon seine 12 Euro kostet für 4 bis 6 Wochen und steht vielleicht in Konkurrenz zu einem Medikament mit 20 oder 25.000 Euro, kann ich mir schon vorstellen, dass Methadon da keine Chance hat. Ein Beispiel dafür ist Avastin. Auch dieses Medikament soll das Leben von Krebspatienten signifikant verlängern. So versprach es zumindest der Hersteller Roche in dieser Produktinformation. Anders als beim Methadon wird an Avastin seit Jahren unter Hochdruck geforscht. Liegt es daran, dass eine Behandlung im Quartal bis zu 25.000 Euro kosten kann? An der klinischen Forschung von Avastin maßgeblich beteiligt war Prof. Dr. Wick, also der Mann mit den Vorbehalten gegenüber dem Einsatz von Methadon bei Tumorpatienten. Mittlerweile hat eine weltweite Studie ergeben, Hirntumorpatienten, die Avastin bekommen, leben insgesamt nicht länger. Prof. Wick äußerte sich auf einem vom Hersteller unterstützten Symposium trotzdem positiv über das Medikament, weil der Tumor mit Avastin etwas später wieder zu wachsen beginne als ohne. Im Internet finden wir eine Quelle, die offenlegt, dass Prof. Wick Honorare unter anderem von der Herstellerfirma Roche erhielt. Auch im Deutschen Ärzteblatt findet sich dieser Hinweis. Auf unserer Anfrage sieht er hier keinen Interessenkonflikt. Doch warum werden Millionen in die Erforschung eines bestimmten Wirkstoffes investiert, aber in Methadon nicht? Im Berliner Helios Klinikum treffen wir den Chefarzt Prof. Wolf-Dieter Ludwig. Er ist auch Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft. Er kritisiert schon lange, dass klinische Studien überwiegend von der Pharmaindustrie finanziert werden. Also das Geld, das beispielsweise vom Bundesforschungsministerium für klinische Forschung an Arzneimitteln zur Verfügung steht, reicht vorne und hinten nicht aus. Damit können Sie keine vernünftige Forschung nach der Zulassung neuer Arzneimittel betreiben. Wir bedauern sehr, dass wir bei all diesen Studien letztlich auf gesponserte, also von der Industrie finanzierte Studien zurückgreifen müssen. Und ich denke, es würde für unsere Patienten, gerade für die Tumorpatienten, sehr segensreich sein, wenn wir mehr unabhängige Forschung hätten, weil wir dann Ergebnisse bekämen, die nicht vom pharmazeutischen Hersteller möglicherweise verzerrt sind. Die Forscherin aus Ulm will nicht aufgeben und hat mittlerweile andere Wege aufgetan, um die Weichen für die klinische Erprobung von Methadon zu stellen. Hier an der Berliner Charité sammeln Mediziner die Daten von Hirntumorpatienten, die zusätzlich mit Methadon behandelt werden. In einer gerade veröffentlichten Studie stellten sie fest, die Nebenwirkungen sind bei weitem nicht so stark wie von manchem befürchtet. Das Fazit für uns in der Anwendung wäre, dass wir es hier mit einer relativ gut verträglichen Begleittherapie zu tun haben, die eben möglicherweise, ohne dass wir dafür einen sicheren Nachweis haben, die Chemotherapie-Wirkung unterstützt. Ob Methadon die Patienten länger leben lasse, wie im Fall von Sabine Kloske, könne man noch nicht seriös sagen. Sollte sich in ein paar Monaten eine solche Aussage treffen lassen, wäre der nächste Schritt eine große klinische Studie. Doch ob sich der dafür notwendige Millionenbetrag aufbringen lässt, bezweifeln selbst die Mediziner an der Charité. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.